Ciao ragazzi, come state? In diesem Video möchte ich euch heute die doppelte Verneinung im Italienischen vorstellen. Letzte Woche im Video habe ich euch ja die einfache Verneinung vorgestellt mit dem verneinten Wort non. Und heute geht es um die doppelte Verneinung. Kurz dazu gesagt, also die doppelte Verneinung gibt es so im Deutschen nicht, weil im Deutschen würde bei uns eine doppelte Verneinung wieder zu einer Bejahung führen. Zum Beispiel, ich sehe nicht nichts, würde bei uns ja wieder heißen im Deutschen, ich sehe etwas. Im Italienischen ist das aber nicht der Fall. Im Italienischen ist eben die doppelte Verneinung eine Form, wie man die Verneinung bildet. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man sie bildet. Also die doppelte Verneinung im Italienischen wird mit dem non, nicht oder kein gebildet. Das habe ich euch ja bereits letzte Woche im Video vorgestellt. Und mit einem weiteren verneinten Wort. Und das non steht grundsätzlich vor dem konjugierten Verb. Oder wenn es ein Ausdruck ist, vor dem gesamten Ausdruck, das aber vor dem Verb steht. Und das zweite verneinte Wort steht nach dem Verb. Das heißt, das Verb, das konjugierte Verb wird sozusagen von der Verneinung, von diesen zwei verneinten Wörtern, non und dem anderen verneinten Wort, sozusagen umschlossen. Und jetzt schauen wir uns dazu mal Beispiele an. Und zwar non vedo niente. Also das habe ich euch gerade im Deutschen schon das Beispiel gemacht. Also wörtlich übersetzt hieße es, ich sehe nicht nichts. Man, es ist aber, also es wird so nicht übersetzt im Deutschen. Also im Deutschen heißt es ganz einfach, ich sehe nichts. Im Italienischen braucht man aber die doppelte Verneinung, um diesen Satz zu bilden. Also non vedo niente. Und das seht ihr auch schon. Also hier steht eben vor dem konjugierten Verb vedo steht das non. Und nach dem konjugierten Verb steht das zweite verneinte Wort, in diesem Fall niente, was nichts heißt. Und in dem gesamten Satz heißt es dann non vedo niente. Ich sehe nichts. Ein anderes Beispiel, non vedo nessuno. Ich sehe niemanden. Da habt ihr genau das gleiche. Also nessuno oder nessuna heißt niemand. Und dann habt ihr hier im ganzen Satz, fängt es wieder mit dem non an. Also non vedo nessuno. Ein anderes Beispiel, non vedo mai in palestra. Also mai heißt nie. Der gesamte Satz heißt, ich gehe nie ins Fitnessstudio. Und im Italienischen ganz wieder wie vorher eben, non vedo mai in palestra. Oder auch non sono ancora pronto. Also ancora heißt noch. Non ancora heißt dann noch nicht. Also non sono ancora pronto. Ich bin noch nicht fertig. Oder pronta, wenn es sich so um eine weibliche Person handeln würde. Also in diesen Beispielen seht ihr ganz deutlich, dass man eben dieses non braucht vor dem konjugierten Verb. Und dieses zweite verneinte Wort steht dann nach dem konjugierten Verb. Ich habe euch da in dem Artikel noch weitere Beispiele zusammengefasst. Es gibt noch einige weitere Ausdrücke. Jetzt schauen wir uns mal noch ein paar weitere Ausdrücke an. Im Italienischen, die eben so mit der doppelten Verneinung gebildet werden. Und zwar eben non niente hatten wir bereits. Heißt einfach nichts. Und wie gesagt, in einem Satz braucht man das eben wieder mit diesem non. Dann non ... per niente heißt überhaupt nicht, überhaupt kein. Non ... nulla heißt auch nichts. Ist im Prinzip das gleiche wie niente. Vielleicht ist nulla etwas umgangssprachlicher. Dann non ... nessuno nessuna. Niemand. Dann non ... per niente heißt niemand mehr. Also dieses ... heißt mehr. Also non ... ... piu nessuno. Zum Beispiel, ich sehe niemanden mehr. Non ... mai heißt nie. Mai piu heißt nie mehr. Ancora, non ancora hatten wir im Beispiel vorher schon. Noch nicht oder noch kein. Non ... ner anke heißt auch nicht, auch kein. Also anke kennt ihr ja sicher, das heißt auch. Und ne anke heißt auch nicht. Und wie gesagt, in dem Satz braucht man ja wieder die doppelte Verneinung. Also non ... ner anke, auch nicht, auch kein. Dann haben wir noch dieses non ... ne ... ne ... Das ist jetzt ein bisschen kompliziert sich vorzustellen. Ähm, hieße weder noch. Zum Beispiel. Nono ne fame, ne sete. Ich habe weder Hunger noch Durst. Und dann haben wir hier noch non ... ne meno. Heißt dann nicht einmal. Also das wären eben diese, also ein paar solche Ausdrücke im Italienischen, die man in einem Satz mit der doppelten Verneinung bildet. Also ganz wichtig, dass man dieses non eben immer dabei stehen hat. Selbst wenn sich das im Deutschen, also im Deutschen bräuchte man sozusagen bloß diese, diese verneinten Wörter. Und man würde den, den Satz schon verneinen. Im Italienischen braucht man aber dieses non im Satz immer dazu. Jetzt gibt es sogar noch ein paar Ausdrücke, ähm, wo diese verneinten Sätze, zum Beispiel das niente, am Satzanfang steht und das non weggelassen wird, dann wird das Ganze nochmal betont, zum Beispiel niente es successo, also nichts ist passiert. Also man könnte das mit der doppelten Verneinung bilden, zum Beispiel non es successo niente, oder man sagt niente es successo, nichts ist passiert, dann betont man dieses nichts, und dann entfällt die doppelte Verneinung und man stellt dieses, dieses niente an den Satzanfang. Das geht mit ein paar Ausdrücken, aber auch nicht mit allen. Ich habe euch das alles im Artikel nochmal zusammengefasst und mehr Beispiele gebracht. Also schaut euch am besten auch den Artikel dazu an. Aber sonst grundsätzlich von der Stellung her, ähm, genau das non stellt man halt vor das konjugierte Verb oder vor einem Ausdruck oder einem, ähm, vor einem Pronomen, Objektpronomen, das habe ich euch im Video letzte Woche bei der einfachen Verneinung vorgestellt. Und das zweite verneinte Wort, also diese Ausdrücke hier, diese verneinten Wörter, stellt man dann nach das konjugierte Verb. Und das war's zur doppelten Verneinung. Also man schaut euch da ein paar Beispiele an, die ich euch im Artikel aufgeführt habe. Aber das wird dann eigentlich relativ schnell klar, wie das Ganze gebildet wird. Das war's dann schon zur doppelten Verneinung. Und ja, viel Spaß beim Üben. Kommentiert, liked, shared. Und, ähm, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!